Wenn man sich in Diablo 4 mal die Jägerklasse anschaut, dann sieht man in 80% der Fälle, würde ich fast schätzen, den Schraubklingen oder auch Twisted Blade Build. Ich habe jetzt allerdings den Penetrating Shot Build für euch parat, bei dem ihr mit moderatem Gear schon richtig viel Spaß haben könnt. Und genau darum geht es im heutigen Video. Mein großes Problem mit unserem Jäger war, dass ich diese Klasse hochziehen ließ. Das heißt, ich war dann irgendwann Level 50, 55, hatte quasi gar kein Gear und habe dann sehr viele Skillungen ausprobiert und das ist mir komplett auf die Füße gefallen. Also ich musste jetzt nochmal knapp 10 Level spielen, um wenigstens einigermaßen gutes Gear zu bekommen, auch wenn hier bei weitem nichts perfekt gerollt ist. Aber ich kann euch zumindest heute an die Hand geben, wie ihr diesem Bild richtig spielt und welche Items wichtig wären. Vor allem auch die Secondary Stats, also nicht nur die legendären Aspekte oder generell die Aspekte, sondern auch was für Sekundär Stats ihr auf den jeweiligen Items braucht, denn die sind wichtiger, als man häufig vermuten lässt. Also, lasst uns zuallererst in die Skillung reinschauen. Wir starten mit Einstich, in meinen Augen wirklich mit Abstand die beste Basisfertigkeit für den Jäger, vor allem für diesen Bild. Wir verbessern dann den Einstich und gehen auf fundamentalen Einstich. Das heißt, wir haben drei Klingen und wenn zwei davon den Gegner gleichzeitig treffen, dann verwunden wir den Gegner für zwei Sekunden. Ist super wichtig, um auch beim Single Target Damage ordentlich Wumms zu haben. So, gehen wir weiter zu den Kernfähigkeiten. Hier habe ich dreimal den Stotterschritt geskillt und zwar, wenn ihr bei Gegnern einen kritischen Treffer erzielt, erhaltet ihr vier Sekunden lang Bewegungsgeschwindigkeit. Ist einfach gut, um durch die Dungeons gut durchzukommen. Der wichtigste Skill für diesen Penetration bzw. durchschlagender Schussbild ist natürlich der durchschlagende Schuss. Fünf Punkte habe ich drin, zwei durch Gegenstände jeweils. Dann habe ich den verbesserten durchschlagenden Schuss geskillt und den weiterentwickelten. Beim Einsatz mit voller Energie wird durchschlagender Schuss alle getroffenen Gegner verlangsamen um 50% und Elite-Gegner werden außerdem für 1,77 Sekunden niedergeschlagen. Das große Problem, was ich mit diesem Bild hatte, war, dass ich zu viel Schaden gefressen habe. Aber deswegen werdet ihr auch im Laufe dieses Videos sehen, dass ich hier immer mal wieder ein Auge drauf geworfen habe, um nicht bei solidem Schaden einfach zu viel selbst an Schaden zu kassieren, weil ansonsten ist der Bild natürlich für den Purpose. Weiter machen wir mit Wendigkeitsfertigkeiten. Und zwar habe ich hier den Schattenschritt geskillt. Der ist deswegen wichtig, weil, wie gerade eben schon erwähnt, wir bekommen relativ viel Schaden, wir wollen nicht schnell sterben und brauchen eine Ability, um aus dem Kampf fliegen zu können. Deswegen der verbesserte Schattenschritt und den methodischen Schritt. Das heißt, wir können für 2,37 Sekunden Gegner betäumen. Das heißt, ganz oft, wenn ihr in einem Kampf seid, könnt ihr euch wegzipien durch diese Fähigkeit. Ihr springt einfach zu einer anderen Unit. Ganz oft, wenn auch bestimmte Spells vom Gegner gecastet wurden, die schon auf dem Weg zu euch sind, umgeht ihr das, indem ihr einfach an eine völlig andere Position euch durch diesen Schattenschritt teleportiert. Kann ich euch ans Herz legen. Ich habe einen Skillpunkt drin, bei Erschütterung, nachdem ihr einen Gegner zurückgestoßen oder niedergeschlagen habt, ist eure kritische Trefferchance für 4 Sekunden, beziehungsweise 3 Sekunden um 4 Prozent erhöht. Und 3 Slots bei Waffenbeherrschung. Solche, mehr Schaden gegen gesunde Gegner, aber Bögen und Armbrüste gibt es mehr Schaden, zum einen für verwundbare Gegner und zum anderen mehr kritischer Trefferschaden. Ganz wichtig, wir werden gleich nochmal auf den Vorteil der Armbrüste eingehen, denn das ist sehr, sehr wichtig, wenn es später um euer Gier geht. Machen wir weiter. Bei den Enttäuschungsfertigkeiten haben wir lediglich die Giftfalle, die verbesserte Giftfalle und die konternde Giftfalle. Giftfalle verfügt über eine Chance von 30 Prozent, bei der Aktivierung eure Infusionsabklingzeit abzuschließen. Ultra wichtig, muss ich euch ans Herz legen, unbedingt mitnehmen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann haben wir Ausnutzen. Ihr fügt gesunden und verletzten Gegnern 18 Prozent mehr Schaden zu, ist eine No-Brainer. Und ihr fügt verwundbaren Gegnern 9 Prozent mehr Schaden zu, auch eine No-Brainer. Das ist Free Damage. Infusionsfertigkeiten habe ich mich entschieden für zwei Stück. Einmal die Schatteninfusion und einmal die Giftinfusion. Jetzt muss man ganz kurz darüber sprechen, das werden wir auch gleich machen, wie man diesem Bild eigentlich spielt, wie die Fähigkeitenabfolge ist. Da kann ich euch wirklich gute Tipps mitgeben. Schatteninfusion ist für den AOE-Damage zuständig, denn das ist so eine starke Fähigkeit. Wenn viel geklumpft wird und viele Gegner vor euch stehen, macht ihr die Infusion an und heumert ordentlich Schaden raus. Super wichtig. Aber Single-Target-Damage darf nicht fehlen und dafür ist die Giftinfusion zuständig. Denn ihr macht so viel prozentualen Schaden, beziehungsweise hier 168 Prozent des Basisschadens im Verlauf von 6 Sekunden als Gift-Damage. Ganz oft ist es so, dass ich die Elite-Packs zum Beispiel damit hätte und dann sehe ich schon, alright, die werden eh gleich sterben und dann kümmere ich mich um die Secondary-Mobs etc. pp. Hier habe ich den verbesserten Schatteninfusions-Skill mitgenommen und die gemischte Schatteninfusion. Gegner, die mit Schatteninfusionen effizient sind, erleiden 8 Sekunden lang 12 Prozent mehr nicht-physischen Schaden von euch. Super wichtig. Ja, nicht-physischen Schaden machen quasi komplett alle eure Infusionen. Also Schatteninfusion und Giftinfusion sind eure größten Damage-Spells, die hier wirklich für Schaden sorgen. Deswegen ist das stark. Bei der Giftinfusion, da habe ich die 5 Stots drin, weil ich der Meinung bin, dass das der stärkste Spell ist, um wirklich auch Single-Talge-Damage zu machen. Verbesserte Giftinfusion und dann noch die vermengte Giftinfusion. Kritische Treffer mit Fertigkeiten mit Giftinfusion verursachen 75 Prozent mehr Gift-Schaden. Das ist insane. Ich habe einen Punkt drin bei Schattensturz, zwei Punkte bei verschlingende Schatten, dann ein Punkt bei schwächende Toxine und ein Punkt bei tödliches Gift. Und drei Punkte bei Präzisionsinfusion. Fertigkeiten mit Infusion erhalten eine um 9 Prozent erhöhte kritische Treffer-Chance. Sehr wichtig. So, gucken wir mal ganz kurz bei den ultimativen Fertigkeiten. Da habe ich nur die passiven geskillt. Ein Punkt bei Fallenbeherrschungen, Anregungen, dann Adrenalinrausch, Hass und Anlauf. Anlauf aber nur, weil ich einen Punkt reinbekommen habe. Und bei zentrale passive Fertigkeit habe ich mich für Präzision entschieden. Kritische Treffer mit Präzisionsfertigkeiten verleihen euch Präzision. Ihr erhaltet 4 Prozent höhere kritischen Trefferschaden pro Stapel Präzision. Das ist maximal 20 Prozent. Wenn ihr maximale Präzision erreicht habt, landet eure nächste Präzisionsfertigkeit garantiert einen kritischen Treffer, der 40 Prozent mehr kritischen Trefferschaden verursacht. Das ist einfach Gold wert. Gold wert sind auch eure Paragon Punkte. Ich bin jetzt 1160. Mir fehlen natürlich noch einige Paragon Punkte. Aber für all diejenigen, die eben Lust haben, den Bild mal auszuprobieren, ist das hier in meinen Augen wirklich sehr gut. Wir gehen zuallererst den rechten Weg Richtung Krönung. Dann gehen wir in die allererste Glyphe. Da habe ich jetzt Infusionen drin, damit wir mehr Schaden mit unseren Infusionen machen. Dann nehme ich links geschickt mit und rechts gesetzlos. Wir gehen dann aber den linken Zweig Richtung unseres zweiten Boards, wo wir auf der linken Seite den legendären Knoten unheimliches Kopfgeld haben. Wenn ihr mit Fertigkeiten mit Infusionen angreift, er hat die sechs Sekunden lang Widerstand und mehr Schaden für das Element dieser Infusion. Sehr wichtig. Infusionsmeister nehmen wir auch noch mit, um mehr Schaden mit Infusionen zu machen. Gleiches gilt für stetiger Vorrat. 20% mehr nicht physischen Schaden. Ultra wichtig. Die nächste Glyphe nehmen wir mit. 13,2% Schaden für Fertigkeiten des Typs Präzision. Dosierung für die 10 Geschicklichkeit. Ein bisschen mehr Heilung ist auch gut. Und kraftvoll 30% mehr Schaden für Fertigkeiten mit Infusionen. Wenn ich jetzt mehr Paragon Punkte habe, gehe ich hier raus und nehme mir dann das nächste Board vor. Da ich mich persönlich mit dem Rogue immer noch im Aufbau des Gears befinde, habe ich mir jetzt einfach mal den Guide vorgenommen, nachdem ich persönlich auch gearbeitet habe mit einigen Anpassungen. Das werde ich auch nochmal dazu sagen. Generell für den Kopf versucht ihr auf Attack Speed zu gehen, Cooldown Reduction und gerne auch maximale Energie. Die ist jetzt hier nicht mit drin. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Für die Brust versucht ihr so viele defensive Stats wie möglich zu bekommen. Mehr Rüstung, also Damage Reduction. Das heißt, ihr kassiert weniger Schaden. Ihr kassiert weniger Schaden von Gegnern, die weiter entfernt sind. Und auch näher, wann an euch dran sind. Das ist super wichtig. Ja, also Rogue vor allem, wenn ihr auch teilweise in den Nahkampf geht mit eurem Left Click, dann kassiert ihr super viel Schaden. Deswegen sind die defensiven Stats sehr wichtig. Für die Handschuhe ist es unfassbar wichtig, auf den Penetrating Shot zu gehen. Vier Ränge könnt ihr maximal haben. Zusätzlich Attack Speed und Critical Strike Chance. Und mehr Schaden, und zwar Crit-Schaden, durch eure Infusionsfertigkeiten. Es gibt hier auch ein paar Glyphen, auf die werde ich gleich nochmal eingehen. Aber auch eure Hosen sind hier für die Verteidigenden Start zuständig. Damage Reduction und so weiter und so fort. Und auch Kudan Reduction ist sehr wichtig. Auf den Schuhen kann ich euch wirklich die Penitent Graves empfehlen, weil ihr diese Frost, ja, diese Frostspur hinterlasst, wo die Gegner einfach gechillt werden. Das ist super wichtig, weil sie eben langsamer sind. Und auch hier etwas defensiver. Armbrust, hatte ich schon gesagt. 60% maximal, glaube ich, gibt es den Vulnerable Damage. Das heißt, ihr macht hier einfach ordentlich mehr Schaden. Kritischer Schaden, kritischer Schaden mit euren Infusionsfertigkeiten. Core Skill Damage. Das heißt, alles, was offensiv geht, geht hier rein. Dann kommen wir zum Dolch. Der ist einzigartig, also ist ein Unique Item. Condemnation. Hat nämlich einen der geilsten Effekte für diesen Bild. Und zwar machen unsere Core Skills 40% mehr Schaden, wenn wir drei Kombopunkte ausgeben. Das brauchen wir, weil wir mit unserem Kombosystem auch arbeiten. Und als zweite Waffe kann ich euch immer ein Schwert empfehlen. Dadurch, dass wir da immer Critical Strike Damage drauf haben. Das ist quasi ein Wert, der bei jedem Schwert mit dabei ist. Wie wir bei jeder Armbrust immer den Vulnerable Damage mit dabei haben. Kommen wir zum Amulett. Hier kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr auf Cudon Reduction geht. Und dass ihr Energiekosten reduziert. Das sind wirklich auf den Schmuck Items sehr wertvolle Stuts. Dann auch hier auf den Ringen Vulnerable Damage, Critical Strike Damage. Und auch wieder mit unseren Infusionsfertigkeiten und die Crit Strike Chance hochbringen. Das gleiche gilt eben auch für den zweiten Ring. Und hier kommen wir auch zu der wichtigsten Glyphe überhaupt. Und zwar, wann immer der Penetrating Shot den Gegner trifft, dann splitten sich quasi die Arrows auf. Und das führt dann dazu, dass ihr sehr viel AOE-Schaden habt. Das bekommt ihr aus der Bastion of Faith in Harvisa. Super einfach auch zu bekommen. Ihr rennt in den Dungeon einmal. Packt die Glyphe denn eben auf einen Ring, würde ich jetzt persönlich sagen. Das sorgt dafür, dass der Bild ordentlich Damage drückt. Kommen wir ganz kurz zu unserem Ablauf, was die Skills betrifft. Warum ich mich im Vorfeld für den Penetrating Shot Build entschieden habe, ist einfach, dass wir unfassbar viel AOE-Schaden haben. Zwar büßen wir so ein bisschen defensive Stuts ein. Das heißt, wir können ordentlich Schaden kassieren, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen bezeichnen einige ganz gerne diesen Bild als den Tänzer-Bild, weil wir sehr viel in Bewegung sind. Und das Kiten macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich fühle mich immer so ein bisschen an die ADC-Rolle aus League of Legends erinnert. Denn wir versuchen die ganze Zeit unseren Einstich rauszuhauen. Wir haben auch ein paar Glyphen, wo wir das Attack-Speed erhöhen und so. Das seht ihr auch. Das ist super viel Schaden, den ihr alleine durch diese Basisfertigkeit erzeugt. Und dadurch, dass ihr die Gegend auch immer verwundbar macht im Nahkampf, ist es perfekt als Vorbereitung eben für all das, was danach kommt. Das heißt, ihr aktiviert eine Infusion, macht dann drei Auto-Tags mit eurem Einstich. Also ganz normal euren Left-Click oder eben, wenn ihr auf der Konsole spielt, entsprechend der Button. Und sobald ihr eure drei Kombo-Punkte habt, macht ihr oder feuert ihr den allerersten Infusions-Shot ab. Hierbei bedenken, Gift ist gut für Damage over Time und Single-Target-Damage. Und die Schatten-Infusion ist perfekt geeignet, wenn ihr AOE-Schaden haben wollt. Hier achtet darauf bitte, dass möglichst viele Gegner auf einem und demselben Spot stehen, damit ihr wirklich das Maximale rausholen könnt. Soweit ihr die allererste Infusion abgeschossen habt, wieder drei Auto-Tags, bis ihr drei Kombo-Punkte habt. Und dann wieder mit eurem durchschlagenden Schuss auf die Gegner feuern. Danach aktiviert ihr die nächste Infusion, macht das gleich nochmal. Und immer wenn eure Giftfalle ready ist, platziert ihr die, weil die Gegner nämlich dann hinfallen, werden generell verwundbar, bekommen mehr Schaden. Und ihr dann alle immer schön um diese Giftfalle rumkiten könnt. Und das macht ihr die ganze Zeit. Wenn ihr in Bredulde kommt, dann nutzt ihr den Schattenschritt, um wegzuspringen, um einfach die Richtung zu ändern, in die die Gegner auf euch schießen. Damit ihr einfach Schaden aus dem Weg gehen könnt. Und dann macht ihr das immer und immer wieder. Und das funktioniert in meinen Augen unfassbar gut. Der Bild ist natürlich noch ausbaufähig. Meine ganzen Stats sind überhaupt nicht richtig gerollt. Ich habe wirklich katastrophales Gier und kann zumindest Qual gerade recht solid laufen. Natürlich ist nach oben noch extrem viel Verbesserungspotenzial. Aber ich würde auch super gerne noch einen erweiterten Guide, sobald mein Charakter hier ready dafür ist, dazu machen. Wenn ihr da generell irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und wie ihr diesen Bild findet. Ich würde auch noch super gerne den Barrage-Build ausprobieren mit dem Jäger. Wenn ihr auch da Lust drauf habt, dann schreibt auch mir das gerne mal in die Kommentare. Also, ich bin persönlich ein sehr großer Fan von diesem Bild. Kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr braucht nicht die perfekten Items, um damit schon Spaß zu haben. Und wenn ihr keine Lust auf Twisting Blades habt, ja, dann kann ich euch den durchschlagenden Schuss-Build auf jeden Fall ans Herz legen. Wenn euch das Video gefallen haben soll, dann haut gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos zu Diablo verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Peace.